Meine ehrliche Antwort, wem von euch ist wahre Hand hoch? Ja, leider haben wir dafür keine Lösung. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, es ist kalt, dann hätten wir was gehabt. Und dazu nehmt ihr am besten beide Beine in die Hand und lauft schnell weg. Springt in die Höhe und tanzt, das macht euch wahn. Und jetzt gerade wird wohl keiner tanzen wollen. Wer doch noch will, hier wäre etwas Platz. Und das nächste Lied handelt von einem alten, weisen Mann. Dieser Mann war auch sehr mächtig. Und er sahen sie auf seine Raben. Und zu sehen, das Drach wurde mit seinen mächtigsten und seinen einzigartigen. Mit seinen Stundriegern. Und er nahm. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.